Längenfeld Rücken Rücken Längen Längen Rücken Rücken Wie gesagt, ich habe gerne Rückfahrt mitgemacht, aber da ich jetzt ganz normale Auto mit dem einen stehe, dann war das schon das für uns drin. Das würde, denke ich, schon ein Heckluss. Es ist ein Schatz, das war so, dass wir die Fahrt mit dem Auto haben. Also hier ist es ebenso, dass ich die Fahrt mit dem Auto bin. Wo ist er denn, ich kann nicht sagen. Aber ich muss echt sagen, das ist ein Mercedes-Benz-Benz-Benz-Für in Befugt passt ja echt gut rein. Und ich bin ja wie gesagt auch schon nach gestern mit dem FC-Praff-Form. Ja, ja, eigentlich ist die See 32.5 Uhr und ja, da bin ich schon noch nach Algen-Bohrbarnhof gefahren, wenn ich auch jetzt die Mühle aufstehe, werde ich davon zeigen, weil das da auch ein bisschen Überland ist und ja, oh, wir sind ja bald schon angekommen. Rosal! Rosal! Also ich, also ich stehe zu einem echten Reisen und ich weiß nicht, ich war nichts von dem Bau, beziehungsweise von Map und Busbau sei bei mir auch der falsche Adresse. Ich kann weder Busse bauen, konvertieren und irgendwelche Maps erstellen oder so. Also ich denke mal, also jetzt werde ich erstmal gleich bei uns jetzt Playstream kommen, wie die Kommentare aussehen, wenn es eigentlich so gut aussieht. Also wenn da steht zum Beispiel, ja, schönes, wie die Schufe denn erstes war, ja, das steht ja auch immer weiter, aber bei solchen Kommentaren mache ich die Mühe, mache ich die Eile, und wenn, wenn den halt uns nett so befest, dass der meckert seine Trommel hier, dann schneiden wir gleich raus. immer rufen, Oberdorf! Aaaaaah! Hier kommt es mir jetzt an, und steigen Sie noch auf die nächsten Eintestelle, wo Ist das jetzt? Ich freue mich auch schon riesig, wenn uns die Zwei-Ruf kommt, weil mit Gelenken müssen sie ja so viel kommen. Besonders ist dein Specht, wie hier auf Blümmerberg ein Gletscher-Express. Das wird auch geil. Nebelau Marktplatz. Also wenn wir vielleicht wissen, warum die Straßen so weiss aussehen, würde ich gerne in die Kommentare schreiben. Aber ich habe mir nichts angezeigt. Ich habe alles installiert. Und ja... Wie ist es gut? Ich muss nicht. Hauptsache, man kann. Hätte ich jetzt mit meinem alten Beziehung aufgenommen, also mit meinem alten Beziehung in den Schueren, dann wäre er vorsichtig in der erste Nähe. Weil Abort so gut unter Abort. Und wenn man jetzt in Gelenken zieht läuft, dann kommen sie einfach raus. Und das ist einfach nicht. Schau, das ist wieder schön. Können Sie mich mal anständig fahren? Ja, so bin ich schon klar, da kein Zeug. Ich bin ja mit dem Schwestern, da kann ich nur noch wissen. Nein, nein, nein. Nein. Nein, nein. Nein. Ich habe das gesehen. Vorne noch so. Vorne noch so. Aber wie ihr seht, ich hatte eine gute Verspätung, weil ich mich am Zottern und Freiburg nicht sterben habe. Weil ich habe noch gegessen wollte, die Bremse zu lösen, deswegen habe ich das auch gebraucht und verspäte. So schnell. So, und zum nächsten Teil ist der Nebelau. Der andere hat das jetzt gleich. Ich bedanke mich auch an alle Leute, die mir auch hier wieder zusehen. Über Abos und Daumen hoch freue ich mich immer. Das finde ich immer so geil hier, wie soll man das schaffen. Ja, wie soll man das bitte schön schaffen? Wie soll man das bitte schaffen? Ja, wie soll man das bitte schön schaffen? Und dann? Jetzt bitte. ganz kurz so ich habe dagegen ich habe keine verspätung nur also im großen ganzen natürlich sorgen dass die fort einigermaßen schöner und ja ich verabschiede mich von euch ich freue mich über daumen nach oben und abo ist immer schönen tag noch euer multi max